hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu the town of light so wir haben jetzt einiges herausgefunden wir sollen wohl amara finden obsola entschuldigung ich muss einmal hier mit dem stuhl mal richtig ran hier momentchen ich mache jetzt extra nicht ein cut deswegen das doof ist immer ich habe ich sitze so gesehen auf einer schräge in unserem also in meinem zimmer meinen meinen ich und immer wieder rollt mein stuhl immer so nach hinten und ich muss dann immer wieder nach vorne rutschen und ja okay amara finden die nächste weiter mit der akte aber wo ist amara da waren wir schon du bist charlotte die sagt charlotte ja gut sie ist charlotte ich dachte es wäre schon wieder dunkel da nicht okay gut fein dann da vielleicht da waren wir schon hätte mich jetzt auch gewundert weil wir nämlich gar keine musik kriegen okay dann müssen wir jetzt wieder runter und gucken wo die musik dann her kommt ich denke jedes mal da steht einer von außen der der baum sieht so komisch aus hier jetzt vielleicht nö das habe ich auch schon gesehen nach draußen wir müssen nach draußen gehen das war der weg den wir immer gegangen sind und wenn sie nicht gewesen wäre im park auf der bank in frühling viele viele tage es war wie eine flucht dann die natur und sie redete und lächelte es gab da die küche manchmal haben wir uns was zu essen geklaut dann schnell zurück auf die bank um alles heilig zu verdrücken nachher mussten wir da sie hat sachen mit mir gemacht sie hat mich berührt unter der dusche habe ich zum ersten mal ihren körper dicht am main gespürt ein die seele erwärmendes schaudern die augen zu das licht wurde immer schwächer mhm 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 okay sie war nicht im system er ließ sie nicht hinein mhm sie muss der schlüssel zu allem sein zu den erinnerungen die antworten auf alle fragen allein Okay, wir haben hier eine Amara kennengelernt. Das hatten wir vorhin schon in dem Bettenzimmer gesehen, dass da auch noch eine Frau war, die uns immer angelächelt hat. Und ja, die haben wir anscheinend sehr gemocht und sie uns auch und ja. Ich geh jetzt einfach mal hier überall rein. Was ist das denn hier? Ja, ich würde mal sagen, das Bauen wurde eingestellt. Wo geht's denn hier lang? Oh mein Gott. Die könnte jetzt hier runterspringen, glaube ich. Nein, weiß ich nicht. Okay, müssen wir hier lang. Ach, das ist die Steinbank. Mhm. Da ist ein Zettel. Kann ich sterben? Ich weiß das nicht. Ach, hier geht's runter. Guck mal. Da geht's nicht lang. Ach, wir hätten auch da runter gehen können, okay. Da passe ich gar nicht durch, doch da. Ach, guck mal, wir hätten auch hier so runter gehen können anscheinend. Ja gut. Ich habe halt den etwas anderen Weg genommen. Hätten wir das denn? Ich guck mal. Die Natur half mir dabei, alles zu vergessen, aus dem System rauszukommen. Ja, hätten wir. Okay, gut. Dann müssen wir einfach nur hier lang. Gut. Ich hoffe, ich nehme auch alles mit. Jede, jedes Gespräch, jeder Gesprächsfett, also alles, was sie sagt und so. Ich habe immer Angst bei sowas, dass ich was übersehe. Die Steinbänke sind wirklich äußerst cool. Oh. Aber Amara war nicht im System? Hat die sich die noch eingebildet? Oder wie? Küche. Ich gehe jetzt einfach mal hier weiter lang. Oder hat er versucht, Essen zu klauen. Ach, hier sind wir wieder bei dem Gewächshaus. Ja, gehen wir jetzt hier wieder raus? Warum muss ich denn jetzt wieder raus? Ich gehe jetzt einfach hier wieder lang, ne? Gucken wir mal hier. Sie hat sie mit jemand anderem erwischt? Mit einem Mann? Warte mal, sie war nicht im System. War Amara vielleicht gar keine Patientin, sondern, ähm... Ich weiß nicht, was mir das bringt, dass ich die Gießkanne hier aufhebe, aber okay. Amara war keine Patientin. Amara gehört vielleicht zum Personal, aber jetzt nicht, dass sie eine Pflegerin war, sondern, ähm... Ich weiß nicht. Die hatte was mit einem Mann. Interessant, interessant, interessant. Ja, wir können jetzt durch die Küche gehen. Schön gedeck. Los, überall suchen. Sie muss irgendwo hier sein. Ganz bestimmt. Oh, da ist doch gerade eine Tür zugegangen. Ich weiß, wo sie ist. Die Angst verschwindet momentan. Weil ich jetzt langsam ein bisschen raus habe, worum es hier eigentlich geht. Ja, klar, dass wir da nicht hinterherkommen. Ich höre wieder was zum... Suchen wir weiter. Wir dürfen nicht aufgeben. Ja, ist ja gut, Mädchen. Ich muss erst mal gucken hier. Von hier hätten wir nicht reinkommen können. Ich weiß ja nicht, ob ich irgendwo mal was übersehe. Da habe ich immer Angst vor, wenn ich was... Achso. Achso. Aber wo ist sie bloß? Wir müssen mit ihr reden. Es lief alles so gut. Jetzt hier zu sein, ist ein ungutes Gefühl. Los, schnell. Wir suchen sie. Ja. Wir können hier nicht runter. Da ist zu viel Wasser. Das ist ja gut. Hier ist Licht. Wieso funzt das Licht denn noch? Das habe ich mir ja schon in der chirurgischen Abteilung gefragt. Liebe Adele, auch heute hat das Mädchen stundenlang vor der Küche gestanden. Armes Ding. Ich habe ihr was Süßes gegeben. Sie hat es gegessen, ohne was zu sagen und ist weiter stehen geblieben. Irgendwas stimmt da nicht. Erst kam sie nur ab und zu. Jetzt ist sie jeden Tag hier. Ich gehe jetzt weg. Der Arzt ist nicht da. Er kommt heute Nachmittag. Sprich du mit ihm. Entschuldig dieses... Armes Ding. Verloren in einer Traumwelt. Sie war noch ein Kind. Nie war jemand zärtlich zu ihr. Im Gegenteil. Bestraft hat man sie. Sie nannten sie gestört. Krank. Sagten, dass ihre Träume sie quälten. Noch nicht mal die Träume ließ man ihr. Ich brauche sie. Aber wir werden sie finden. Wir finden sie doch, oder? Wenn das Wasser der Duschen nicht schön warm war, dann haben wir uns alle beeilt. Aber wenn es schön warm war, dann kam sie zu René in diesem grausamen, grellenweißen Licht. Ihr Körper an meinen. Ich fühle es immer noch jetzt, das Schaudern. Alles muss genauso sein wie damals. So wunderschön. Dann kommt sie zu uns zurück. Wir sollen jetzt heißes Wasser anmachen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nö. Oh doch, Wäscherei. Ach, gucke mal. Küche. Kann ich gar nicht lesen. Ich kann es. Ich kann es nicht lesen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich mache jetzt einfach mal, ne? Wäschereiabteilung. Das Wasser ist aufgedreht. Jetzt müssen wir das Warmwasser anstellen. Wo mache ich das? Das Warmwasser anstellen. Ach, jetzt ist es... Ich bin nicht mehr feucht unten. Als erstes die Waschmaschinentür zu. Dann die Hebel versiegeln. Dann da aufdrehen. Dann das. Dann das. Alles klar. Dann Rad, Hebel und irgendwas anderes. Ist hier auch alles zu? Na gut, die geht nicht. Jetzt ist alles fertig. Wir können in den Waschraum. Durch den Flur in die Küche. Ja, gut. Wie kriegen wir uns dann mit ihrem Duschraum? Durch den Flur in die Küche. Durch den Flur in die Küche. Ach ja. Flur. Übrigens, das Knatschen. Ne? Bitte nicht übel nehmen. Das ist ebenfalls mein Stuhl. Ich brauche neun. Das ist ein richtig ekelhafter Flur. Hat sie... Sie hat in der Küche gearbeitet. Die Amara oder Adele. Ich glaube, sie heißt Adele. Oder hieß Adele. Hat aber uns einen falschen Namen genannt. Und sie war so verliebt in sie. Und das erklärte auch, warum sie andauernd immer vor der Küche stand. Ach, guck mal da. Die Duschen sind jetzt auf. Wir gucken natürlich trotzdem noch weiter. Ob wir hier noch irgendwas... finden. Das haben wir schon gesehen. Mit dem kann ich nichts anfangen. Schade. Das ist auch nichts. Ich habe das Gefühl, ich habe sowieso schon was übersehen. Ich glaube, da komme ich nicht rein. Habe es Mädchen eigentlich? Jeder hat sich an sie rangemacht, ja? Ja. Das spiegelt gleich jetzt schon zu Ende. Äh. Jetzt ist alles fertig. Wir können in den Waschraum. Durch den Flur in die Küche. Ja, gut. Wir treffen uns dann mit ihrem Duschraum. Ja, aber... Ach so. Ich kann die Zusammenfassung nicht mehr lesen. Doch da. Oh mein Gott, ich dachte schon. Äh. Das sind wohl unsere Entscheidungen, die wir gefällt haben. Medizinisches Archiv. Haben wir ja gesehen. Erinnerungen. Mutter. Klinikaufenthalt. Missbrauch. Amara. Könnte da noch einiges kommen? Ähm. René's Tagebuch. Äh. Ach so. Guck mal hier. Oh mein Gott, wir müssen das Tagebuch noch angucken her. Ich habe einiges verloren hier. Guck mal hier. Hier, 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 hier. Sollen wir das mal eben machen? Kommt. The Town of Light. Haben wir ja noch nicht geguckt. René. Genau. Ich sag doch, das sind wir. Ausstimme. Mein Name ist René. Mir wurde gesagt, dass ich dieses Tagebuch schreiben soll. Aber das möchte ich nicht. Es stimmt nicht, dass es mir besser geht, wenn ich es schreibe. Es geht mir schlechter. Ich war ein schüchternes Mädchen und wollte nur so sein wie die anderen. Aber das ist nicht, was passiert ist. Nein. Ich habe Dinge getan, die, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mir schließlich hierher brachten. Alles fing mit diesem verdammten Licht an. Das erste Mal passierte es, als ich noch ein kleines Mädchen war. Sieben oder acht Jahre alt. Ich ging von der Schule entlang, als plötzlich dieses Geräusch zu einem unbestimmten Grollen zerfloss und das Licht immer stärker wurde, völlig maßlos und alles an Bedeutung verlor. Ich konnte nichts mehr erkennen. Dinge, Menschen, Wörter, nicht einmal mich selbst. Ich verspürte die Furcht als seine körperliche Erfahrung, wenn ich mich davon abhielt, mich zu bewegen, zu schlucken, zu atmen. Nach weiß Gott, wie lange kehrte alles wieder zur Normalität zurück. Aber eine neue Angst ersetzte die alte. Meine Erinnerung an diese Jahre ist verschwommen. Zwischen meinen siebten und zehnten Lebensjahr sind die Erinnerungen abgeschottet und ich kann nicht sagen, wie oft und wie häufig das Licht kam. Meine Mutter gab mir in dieser Zeit eine Puppe. Charlotte. Wenn ich daran zurückdenke, möchte ich lachen. Aber ich erinnere mich daran, dass ich am Anfang Angst vor ihr hatte. Ich dachte, sie würde mir wehtun, mich töten und meinen Platz einnehmen. Aber wenn das Licht kam, blieb sie an meiner Seite und störte mich nicht. Ja. Da denke ich immer noch mal Puppen. Scary. Ich konnte mit ihr sprechen und so wurde sie meine beste Freundin. Zumindest bis ich in der zweiten Klasse war und sich alles änderte. Sie hat mich nicht ausgelacht. Und wenn ich meiner Mutter etwas sagen musste, habe ich sie gebeten, es zu tun. Als es in mir drin schlimm wurde, war sie die Einzige, an die ich mich wenden konnte. Das alles lässt mich jetzt erröten, aber Charlotte war für mich wie eine echte Freundin. Ich wusste, dass sie nur eine Puppe war. Ich war nicht dumm. Aber zur gleichen Zeit war sie auch real. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ist schwierig. Meine Mutter kuschelte mit ihr und erzählte ihr Sachen. Ich denke, sie wollte so mit mir kommunizieren. Aber damals hatte ich zu viel Angst, um zu verstehen. Um zu verstehen? Das ist immer so blöd abgehakt. Das haben wir noch nicht herausgefunden, was hier los war. Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Seiten. Ich glaube, das sind die letzten Dinger da. Ich weiß gar nicht, wo die noch sein könnten. Okay, sollen wir dann, dass die Frage ist, ich glaube, ich lasse jetzt weiterlesen. Und das, wenn wir das dann noch finden, das ergänzen wir dann einfach. Ich betrachtete meinen Körper nicht mehr länger als etwas Ekelhaftes und Krankes, weit entfernt davon sogar. Ich begann, mich anzusehen, mich zu streicheln, meine eigene Haut zu riechen. Ich begann, mich zu erkunden und zu experimentieren und körperlichen Genuss zu finden. Meine Ideen waren nicht besonders klar und ich sprach mit niemandem darüber. Diese Dinge aber, Bruna sprach über sie, sie prallte mit ihren Liebesgeschichten und ihren jungen Männern. In meinen Augen hatte sie Glück, immer umworben zu werden. Von wunderbaren, großzügigen und netten Jungen. Also fantasierte ich über ihre Abenteuer und tat so, als wäre ich die Hauptperson. Aber wie könnte ich jemals wie sie sein? Ich erinnere mich, dass ich gelegentlich blaue Flecken hatte. Aber ich war so unbefangen, dass ich nicht verstand, nicht eins und eins zusammen zu zählen. Dann Gino erklärte es mir, dann einige Jahre später. Er erzählte mir von Brunas Vater und ihrem Bruder. Aber ich war schon sehr krank. Das Licht war zurückgekommen und diese Sache querte mich immer mehr. Es war meine Welt und sie fiel auseinander. Wenn ich mit Bruna darüber sprach, drehte sie sich weg und war lange still. Den Märchenprinz gibt es nicht, René. Zumindest nicht für uns. Ich war 14 Jahre alt und dachte nicht, dass es möglich wäre, dass sich ein Junge mich ansehen und mich begehren könnte. Als er mich fragte, ob ich mit ihm spazieren gehen würde, habe ich nichts gesagt. Ich hatte nicht einmal den Mut, ihn anzusehen. Und weil er so gut aussehend war. Ein paar Jahre lang wurde es besser und dann brach plötzlich alles ein. Eines Abends kam ich betrunken nach Hause und am nächsten Morgen überkam mich eine schreckliche Krise. Ganz plötzlich. Was hatte ich getan? Ich hatte Angst. Ich dachte, ich hätte mein Augenlicht verloren, dass das Licht meinen Augen von innen heraus ausgebrannt hätte. Die Erinnerung an den vorherigen Tag stieg hier und da in mir auf. Blitze, die etwas Monströses in mir entfesselten. Worte zu wiederholen waren nicht mehr genug. Jetzt gab es eine Stimme in meinen Kopf, die sie lauter wiederholte als ich. Und es waren anklagende und anschuldigende Worte. Also hielt ich mir die Ohren zu und schrie und schlug mir den Kopf an die Wand und übergab mich. Ich erinnere mich an den Arzt, an die vom Blut in der Brochenen verdreckte Wand. Meine Mutter sah mich nicht an. Bruna weinte, aber versuchte es zu verstecken. Und Charlotte war an meiner Seite. Ich habe niemals jemandem erzählt, was passiert ist. Er wollte mich besuchen kommen, aber ich wollte ihn nicht sehen. Ich wurde aufgeregt. Ich denke, er mochte mich, obwohl es schlecht endete. In dieser Zeit fingen die Gedächtnislücken an. Die wenigen Sachen, die ich erfuhr, gefielen mir überhaupt nicht. Er erzählte mir, dass ich nach ihm gesucht hätte, dass es meine eigene Schuld sei. Bruna erzählte mir, dass ich mich manchmal betrank, dass die Menschen im Dorf über mich tratschten, dass ich manchmal von blauen Flecken übersät war. Mir war nicht bewusst, was ich tat. Ich hatte keine Kontrolle über mein Leben. In meiner kleinen... Kleine Ecke, das ist immer so ein bisschen abgehackt. Tonspur ist nicht optimal irgendwie bei dem Spiel. Oh, das kn... Ich muss ganz dringend mal einen Stuhl haben. Ehrlich ehrlich. Dieses Knatschen hier macht mich ganz wahnsinnig. Ähm. Hm. Sie... Wie heißt das? Hat sie eine gespaltene Persönlichkeit? Er hatte das Gefühl, dass er angeklagt würde. Verletzt, dass ich ihn davonjagen ihn beleidigen würde. Er war hochmütig, schön. Er sagte zu anderen Leuten Dinge über mich, die er nicht hätte sagen sollen. Mutter erwischte mich, wenn ich betrunken nach Hause kam. Sie schlug mich und schickte mich zu Don Gino, um mit ihm zu sprechen, jeden Tag. Er kam zurück und versuchte mit mir zu sprechen. Ich denke, er mochte mich. Manchmal schickte ich ihn weg und fing an, ihn anzuschreien. Aber zu anderen Zeiten umarmte ich ihn, hielt ihn fest und liebte ihn. Aber er konnte mit mir nicht zur Ruhe kommen. Ich war 16 und ich war krank. Ich hatte keine Zukunft. Wochenlang kam ich nicht aus dem Bett. Dann tat ich Dinge, für die ich mich schämte. Ging mit Männern ins Bett. Die Schuhe zerrte an meiner Seele und das Licht kam zurück, um mich zu quälen. Ich erfand Geschichten, um mein Handeln zu rechtfertigen. Ich konnte mein eigenes Gewicht nicht tragen. Mutter fand es heraus. Ihre Stimme spaltete meinen Kopf. Ich schob sie weg, weil ich Angst hatte zu sterben und ich schrie an die ganze Welt hinaus, was mit mir geschah und dass ich es nicht verstand. Die Polizei kam und brachte mich davon. Ich erinnere mich an die Schaulustigen, die ihre Köpfe schüttelten. Sie würden ohne mich besser dran sein. Gereinigt von der Schande. Etwas, worüber sie für eine Weile tratschen konnten. Hm. Okay. Oh. Ich weiß nicht. Vielleicht reicht das, wenn ich den mal öle. Den Stuhl. Abteilung, blablabla. Gut, da sehen wir halt, was vorher passiert ist. So. Die Duschen sind da. Oh, holla. Aber wir gucken uns vorher noch ein bisschen was anderes hier nochmal ein bisschen durch. Ich glaube, sie hat eine gespaltene Persönlichkeit. Kann das sein? Das ist, ist das, ne, Schizophrenen ist was anderes, oder? Ich kenne mich damit auch nicht aus. Ja, der Essensraum. Okay, meine Lieben, ich muss Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.